Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen Rebound. Let's rock! Hä? Okay, das war cool. Oh, warum ist das überhaupt eine Katze? Was machen die? Was war das jetzt? Was waren die in ihrer Mission? Hä? Hä? Oh mein Gott, ich schwirr für sein Bund, ehrlich, Alter. Oh nein, die... Ah, die armen Briefe. Und, äh... Okay. Ich glaube, als Taxifahrer würde ich dann sagen, nope. Es war ein Taxi, oder? Es ist ein Außentaxi. Was machen die? Alter, Junge, die haben doch 3-8 gekesselt. Der Ball ist perfekt gelandet. Oh nein. Oh nein. Wie hat er das denn hingekriegt? Das ist doch ein Ding... Oh, Alter. Oh, erschreckt mich nochmal so und ich erschreck mich. Kommt da einfach eine Katze rein jetzt, Scham. Oh, das ist ja so was schmecken weg. Oh nein. Was ist das denn? Hä? Das klappt ja bei niemandem. Wie haben die auch gedacht, soll das funktionieren? Ja gut, aber das war geplant. Also, das habe ich auf TikTok schon gesehen. Guckt mal, pass mal auf. Der springt dort lang. Und jetzt guckt mal, genau dort, wo er langfahren würde, wo auch die Strecke ist, liegt das andere Fahrrad. Weil wenn er dort lang springt, warum sollte dann dieses Fahrrad im Weg liegen, wenn es nicht geplant war, dass er sich dort fallen lässt und dabei auf das andere Fahrrad draufsteigt? Wie lange die das geplant haben, keine Ahnung. Es ist cool, es ist cooler Move. Aber es ist halt nicht echt. Oh, nein, nein. Oh, Fancy. Sie haben gesagt, dass man kommt schon ein paar Uhr... Hä? Ja, geh... Hä? Warum immer die Chips... Oh mein Gott, die ganze Tür ist abgefallen. Okay, ja... Was... Äh, Alter, was... Was ist denn so eine Wohnung, Mann? Da. Oh mein... Ja, auch Cubs sind nur Menschen. Oh, warum überhaupt? Oh, was hatten sie vor? Ich glaube, die will einkaufen. Ach, das ist Futter, oder? Oh. Hä, was ist seine Mission? Jetzt, was war seine Mission? Oh, was war seine Stimme? Oh. Ich glaube, das wäre so ich, Alter. Das wäre wirklich so ich. Einfach so in Ruhe weiter essen. Habe ich schon mal gebracht, Alter. Übelst der Sturm. Alle stehen da, halten das Babylon fest. Äh, Babylon. Das Babylon fest. Damit es nicht wegfliegen kann. Und die Zelte, die da standen bei der Feier. Und ich stehe da gechillt. Film erstmal kurz. Und dann denke ich mir... Ey, warte mal. Mein Steak wird ja kalt. Ich setze mich unter das Babylon, was die gerade alle festhalten. Und es erst mal in Ruhe weiter. Während es regnet und stürmt wie Sau. Was zur Hölle? Äh, oh, oh. Hä, wo ist es hin? Ach, es kommt wieder raus. Wurde es jetzt kopiert oder nicht? Ne, jetzt hier oben raus. Hä? Was war jetzt der Auftrag? Was war der Auslöser für dieses Video? Was geht denn hier ab? Machen die enough checkers? Okay. Hä? What? Willst du mich verarschen oder was? Wir sind früher Skateboard gefahren und mit so einer City-Roller an mir Tricks gemacht. Und manche sogar Inliner. Gab es auch ein Spiel, aggressiv Inliner. War übelst geil. Denke ich mal, das ist geil. Aber ich weiß nicht, wie es heute ist. Wahrscheinlich auch noch geil. Keine Ahnung. Er macht einfach mit einer Schubkarre. Willst du mich verarschen? Oh, das hat sich nicht so und dann gehört. Oh, oh. Das ist geil. Wie schnell ist der? Was geht da? Wo muss ich mich anmelden? Darf ich mitfeiern? Na, das ist auch, aber da ist mir ein bisschen zu wenig Absünd dabei. Sagt mir zu eurer Party gibt es Absünd, ich bin dabei. Das war doch voll mit Absünd. Ich meine, wer stellt denn das auch dahin, wo es schon nach unten geht? Auf das eine Glas hat er das ganze Tablet gehalten, Alter. Tablet? Tablet, Tablet? Ach so, ich hatte die falsche Kamera an. Er hat dann noch die Kanne runtergeschmissen. Ey, das Ding ist, wer räumt das auf? Was war das denn? Junge, die Obis gehen aber ab. Tja, tja. Hä? Oh mein Gott. Was zur... Wie? Oh nein, er hat jetzt sein Loch durchgebissen. Was? Sag mal, sind die ganzen Türen und Häuser in Amerika nur aus Pappe? Oh, es geht ein Tab. Ich glaube, sie hat Express-Lieferung bestellt, Alter. Was zur Hölle? Aber ey, ey, die Monteure haben sich was einfallen lassen. Man kann sich nicht beschweren. Ich glaube, ich hätte es auch genauso gemacht. Oder den Schrank vielleicht ein Stück höher gehangen. Aber dann musst du alle wieder umhängen. Das ist einfach, dann noch reinzuschneiden und Wasser reinzuhängen. Ja, jetzt ist sie weg. Und der Hund da hinten? Ja, aber immer ehrlich, warum kommt da jetzt die Polizei, wenn es ein Privatgrundstück ist? Dann können die doch machen, was sie wollen, auch wenn sich da einer an dem Bagger dranhängt. Ich kenne ja die Vorgeschichte. Boah, Alter. Wie schnell ist das Ding, Alter? Wo kann ich es kaufen? Deutschland sagt bestimmt nein. Warum rennen bei Amis immer Rehe, Kühe oder Hirsche in die Wohnung oder auf den Terrassen rum? Ey, das war ja voll der Unfair-Move. Was? Ja, ich denke mal, das geht one-handed-artig kaputt. Ich würde bei denen nicht mein Auto reparieren lassen. Oh nein, das geht so schief. Hä? Oh, fuck. Der hatte kurz Legs, Alter. Was? Ja, aber doch nicht so, Mann. Da musst du alles sauber machen. Das ist doch scheiße. Ja, das ist das beste Paradies ever, Alter. Auf dem Parkplatz aufmachen und dann steht gleich ein Auto neben dir. Hä? Hä? Die tun doch nichts. Kannst du es halt in der Hand nehmen und rauslassen. Und rauslassen. Oh nein. Es ist aber auch so sagenhaft dämlich, wenn es im Winter eiskalt ist, sodass die Schrauben, die Schrauben, die Scheiben gefroren sind, da heißes oder kochendes Wasser besser gesagt. So lau warmes Wasser oder heißes Wasser aus dem Wasser an kannst du nehmen. Aber bitte kein Wasser aus dem Wasserkocher, Alter. Das kannst du auch machen im Winter. Lass die Scheibe auch clean. Aber stabil, wie oft du den Ball gefangen hast. Die Frage ist, zählt das dann noch? Ist es beim Basketball nicht so, dass man den Ball nur drei Sekunden in der Halt anhalten darf? Weil quasi der Ball wurde losgelassen und kam dann in die andere Hand. Aber der Ball muss ja den Boden wieder berühren, oder? Bevor du wieder in der Hand nimmst. Das zählt ja dann noch weiter. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, genau das. So in der Art war das, wie ich es vorhin erklärt habe. Ja, aber kannst du dann nicht einfach den Ball kurz auf den Boden wieder drei Sekunden rennen, auf den Boden wieder drei Sekunden rennen? Du musst ja dann gar nicht weiter dribbeln, oder? Das hat ja gar nicht gehalten. Boah, was ging denn da ab, Alter? Was hat er erwartet, was passieren wird? Deswegen niemals vor allem zu Fleisch oder Speck niemals mit Öl, Alter. Der spritzt so abartig. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit draus. falls sie mit und fünf Teigert bis apparently 至30 bis Mitte bis 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 Vielen Dank.